Ja, was könnte das sein? Es ist der Buschkanura. Wir sind gerade heute bei grandiosem Wetter im Dezember. Hier in Dubai, direkt an der Dubai Mall. Und warten auf die Wasserspiele. Jetzt gehen wir erstmal rüber in den Zug. Und dann werden wir uns schön hier die Wasserspiele anschauen. Und dann werden wir uns sehr gut. Und dann werden wir uns sehr gut.